Nach Osnabrück ist vor Wiesbaden und damit herzlich willkommen, kurz und knappes Intro, heute filmen wir gerade auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer wunderbar fränkischen Reise mit dem 1. FC Nürnberg, mit der Mannschaft, die momentan auf Rang 5 in der 2. Fußball-Bundesliga steht und die zuletzt, das habt ihr gesehen im letzten Part, einen sehr, sehr erwachsenen Auftritt hingelegt hat zu Hause im Max-Morlock-Stadion gegen den VfL Osnabrück. Ein 2 zu 0 war es mit Kenan Yildiz, der getroffen hat und Tim Handwerker, beide eingewechselt. Kenan Yildiz direkt in seinem allerersten Match für den Klub die Bude gemacht und Tim Handwerker auch mit seinem ersten Saisontor. Und nachdem ich im letzten Part angesprochen habe, dass wir ja gegen Hannover 96 seit Ewigkeiten mal wieder verloren haben, dachte ich mir, es ist doch auch mal interessant, unsere Heimbilanz anzuschauen. Nachdem es jetzt gegen den VfL Osnabrück zu Hause diesen wunderbaren Sieg gab, schaut mal, wenn ich hier mal nur nach Heimspielen sortiere und von mir aus gerne die Testspiele mal noch weg, dann seht ihr das. Da ist wieder eine Serie. Nur gegen Hannover das Hinspiel verloren, das ist ein absoluter Angstgegner in der Saison. Zu Hause 1-4, auswärts 2-4 verloren. Und ansonsten sehen wir da 4 Unentschieden und 5 Siege. Das sieht definitiv sehr, sehr stark aus. Und gegen Kaiserslautern, gegen Braunschweig, auch gegen Pauli, auch gegen Kiel, Paderborn, Karlsruhe und Elversberg. Also, ich würde mal fast behaupten, wir haben tendenziell die Heimspiele eher leichter und die Auswärtsspiele potenziell eher schwieriger, die jetzt noch anstehen. Außer, dass heute, und damit schließt sich der Kreis, es ist ja Wahnsinn. Denn auswärts geht es heute gegen wen, Wiesbaden, Freunde? Unglaublich. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Abo, da lasst nichts verpassen. Hier auf YouTube, die Gemeinde, sie wächst und wächst. Wir sind jetzt schon über 3.100 Follower auf dem FM-Kanal. Deswegen vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße an euch. Und wenn ihr noch mehr Action sehen wollt und Live-Action sehen wollt, dann schaut bei meinem Only... Nee, dann schaut auf Twitch vorbei. Alle Links dazu unten in der Videobeschreibung. So, wir haben im letzten Part ein bisschen überlegt, wie es weitergeht. Chamra kommt zurück nach Grippe. Handwerker hat sich eigentlich einen Startelf-Einsatz verdient. Eigentlich ja fast auch schon irgendwie einen Kenan Yildiz. Ein Chan-Usun mit seiner Vorarbeit auf jeden Fall statt Okunuki. Also das müssen wir mal gucken, wie wir das genau angehen. Wird sehr, sehr spannend sein oder spannend zu beobachten sein im Laufe der nächsten, der nächsten beziehungsweise der aktuellen Woche. Aber gut, wir gehen mal rein. Es ist gerade ja aktuell wieder so, dass nicht allzu viel ansteht. Das ist eigentlich immer eine ganz schöne Zeit im FM, wenn soweit die Hausaufgaben gemacht wurden, alles soweit ganz gut funktioniert und du im Grunde genommen spielen, spielen, spielen kannst. Zumindest gefällt mir das immer ganz gut. Gut, das ist momentan der Fall. Deswegen stellen wir mal eben das Training ein, machen hier mal ein bisschen Ballbesitz gerne und Standardsituation. Und hier würde ich fast eine technische Woche machen. Einmal die Ballbesitzsicherung, dann das Herausarbeiten von Chancen und die Chancenverwertung. Und hier einmal umschalten, Pressing und aktives Verteidigen. Ich glaube, das klingt auch ganz sinnvoll vor der Partie in Wien. Ja, das machen wir so. Und was ich auch vergessen habe, worauf ich wieder aufmerksam gemacht wurde von euch. Natürlich fehlt was, was wir wieder im letzten Part vergessen haben, nämlich der Blick hier rein. Der Blick hier rein in der XG-Tabelle. Jetzt muss ich nur wieder gucken, dass ich die richtig lese. Also, plus zwei heißt, man müsste mehr Punkte haben. Okay, wir müssen eigentlich. Ne, wir haben um drei überperformt, oder? Warte mal, wir müssen mal schauen. Position, Expected Points, Platz. Ah, hier sind die Expected Points. Das sind die XGs. Ich dachte mir schon, bin ich blöd. Oh, wir sind fünfter. Wir haben um neun Punkte überperformt. Elversberg und der HSV sind da ähnlich. Holstein, Kiel wäre eigentlich laut Expected Points auf Rang 5 und sind auf Rang 16. Zwölf Punkte. Das ist ne Hausnummer. Das ist ne ordentliche Hausnummer. Also, Expected Goals an sich ergänzt us, sozusagen, ne, die Gegentore. Da sind wir gut in dem Schnitt. Bei den Expected Goals überperformen war. Und bei den Expected Points auch ordentlich, ey. Crazy. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht, dass ich diese Statistik sehe und mir denke, das kommt ja völlig aus dem Nichts. Das deckt sich schon auch mit dem, was mein Gefühl so ein bisschen war. Wir hatten auch einfach ab und zu das Quäntchen Glück. Wenn's immer passiert, ist es irgendwann kein Glück mehr. Den Spruch gibt's ja auch irgendwie so oder so die Richtung. Aber zumindest war es jetzt kein Pech, was über die letzten Wochen und Monate tatsächlich mit dabei war. So, was wird denn gefordert? Mehr Schnelligkeitstraining soll angesetzt werden. Das ist jetzt gerade die Frage, ob ich das hier mit reinnehmen will. Erstmal nicht. Dafür ist die Trainingswoche zu kurz. Ich hoffe, ich denke dann in der nächsten Aufnahmesession oder in der nächsten Aufnahme dran. Und dann fällt der Ausfall. Kenan Yildiz, sechs bis acht Tage raus. Schicken wir mal zum Vereinsarzt. Und in vier Tagen spielen wir. Okay. Der Super-Sub also höchstwahrscheinlich erstmal nicht mit dabei. Der Mann wird also erstmal höchstwahrscheinlich zumindest außen vor bleiben. Ansonsten ist das natürlich auch nochmal ein Thema, was wir uns demnächst anschauen sollten. Dass wir uns nochmal um die Scouting-Aufträge kommen. Ich glaube, die laufen aber größtenteils noch. Ja. Ich meine, da hat sich nicht so viel geändert. Simon Terodde, wer da, Freunde? Simon Terodde. Nee. Den holen wir nicht. Wir haben Julian Kanja. The Young, Simon Terodde. Oder so. So, Markus Kautzynski. Hinspiel war übrigens ein Unentschieden. Während hier die DFB-Pokalpartien laufen. Wir schauen mal, ob es irgendwelche Überraschungen gibt. Aber wir haben uns ja in der Hinrunde zum Start der Saison recht schwer getan. Mal schauen, wie das jetzt läuft. Rostock besiegt den HSV im Volksparkstadion. Dortmund besiegt Heidenheim. Und Leipzig gewinnt im Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart. Wir sind ja aus Gründen da nicht mehr dabei. Felix Lohkämper für 1860 ein Spiel gemacht. Ohne Vorlage. Wir haben ja dann nochmal den ein oder anderen verliehen. Und ein wunderbarer Herr Enrico Valentini kann da gerne nochmal gelobt werden. Zamora nimmt das Training wieder auf. Das ist doch wunderbar. Zwei Tage noch bis zum Spiel. Analyse. Das brauchen wir uns nicht anschauen. Lennart Pohlmann. Sollen wir einen Vollzeitvertrag anbieten? Auch das hat erstmal noch Zeit. Wir sind im Februar. Aber sollten wir uns natürlich auch nochmal ein bisschen um potenzielle Verträge kümmern, die wir mal ein bisschen eher langfristiger verlängern wollen. So heißt die Jugendzeit die Erste. Und da haben wir wieder das Thema Kielkopf. So. Gibt es Überraschungen? Oh, es gab ein Berliner Derby im Achtelfinale des DFB-Pokals. Union haut die Hertha raus. Düsseldorf besiegt die Westforsstadt. Bayern 3-0 in Aue. Matissell, Mukta und Gnabry treffen. Schalke besiegt Braunschweig mit 3-1. Und Leverkusen besiegt Hannover 96. Also soweit keine größeren Überraschungen. Und da sehen wir jetzt mal die Partie. Also Wien-Wiesbaden, die haben so ein bisschen die Antiserie. Der letzte Sieg war ein 3-2 gegen den KSC, bevor es gegen uns ging in der Hinrunde. Seitdem nur Niederlagen. Und ihr seht, die haben auch, die haben nur, also seit dem KSC-Spiel auch, maximal eine Bude pro Spiel gemacht. Maximal. Erst zwei Spiele, wo es zwei Tore gab. Gegen Magdeburgen 2-0 und hier das 3-2. Ansonsten, boah. Also, sind wir mal ganz ehrlich. Wir müssen diese Partie gewinnen. Also da hilft wirklich alles absolut gar nicht. Egal ob auswärts, egal wie es läuft. Das kann eine absolut dreckige Partie werden. Das ist mir völlig egal. Aber es muss hier zwingend den Sieg geben. So, wir gucken mal ein bisschen. Unsere zweite spielt morgen. Das heißt, da können wir wieder ein bisschen Spielpraxis ohne Probleme verteilen. Ein Ali Loon. Gebe ich, glaube ich, sogar 90 Minuten. Stattdessen kann Chamra ja wieder auf die Bank. Johannes Geis sollte auch 90 spielen. Lawrence, beziehungsweise alle hier mit dem gelben Böppelchen ja sowieso. Auch ein Joe Hangbo. Ein Mfundu auch gerne. Und Chamra 45. Handwerker bleibt. Kanja, wobei Kanja kann man auch nochmal 45 mitgeben. Puerta nicht. Okay. Und 19. Das lassen wir Jeltsch mit positiver Entwicklung. Das will ich aber auch meinen. Und dann schauen wir mal, was das wird. Das ist eine ganz gute Verteilung, dass da unsere zweite praktisch einen Tag später spielt. Das ist übrigens der Spieler, den ich in der letzten Folge angesprochen habe. Maximilian Wagner wurde von euch empfohlen. Aktuell bei der Regionalliga-Mannschaft der Bayern unterwegs. 20-jähriger Stürmer mit einem Marktwert aktuell von 130.000 bis 1,3 Millionen. Da wissen wir natürlich noch aktuell viel zu wenig. Aber mal gucken, ob das einer wird. Ein Vorschlag, der aus der Community herauskam. So, und wir gehen rein. Gegen Brtajan, Kovacevic und Li, die absolut nicht eingespielt sind. Vierer-Kette. Was heißt Vierer-Kette? Zwei komplette Flügelverteidiger, zwei Sechser. Und eine Dreier-Kette dann dahinter. Also wehen auf, zerstören aus. Und wir nehmen jetzt, wie gesagt, wie machen wir das am besten? Also Chamra kommt auf jeden Fall mit für Ali Luhn. Und dann müssen wir hier fast nochmal einen Offensiven mitnehmen. Beziehungsweise, nee, dann nehme ich hier einen Johannes Geis mit. Dann machen wir das, glaube ich, mal so. Huch, da wollte ich nicht hin. Das heißt, Hangbo, Lorenz, Weckeser, Daferner, Goller, Reichert, Ali Luhn, Niklasian und Kenan Yildiz außen vor. Weckeser und Kenan Yildiz noch verletzungsbedingt. Kastrop und Flick, beide gelb vorbelastet übrigens. Vorne drin Hayashi, den ich ganz gerne mal für seine Form zu kritisieren. Den werden wir mal kritisieren. Genauso ein Flo Flick, auch noch nicht so ganz so gut rausgekommen aus der Winterpause. Ziel will er nicht. Den Rest, glaube ich, können wir erst mal so lassen. Nachdem Handwerker getroffen hat, können wir, glaube ich, auch das so lassen in der Aufteilung. Und auch den Rest würde ich mitnehmen. Ja, wir gehen rein in die Partie gegen Wien Wiesbaden. Ich will da auch gar nicht, obwohl wir natürlich der Favorit sind und Wien gehe ich mal schwer von aus, sich hinten rein stellt und bunkern möchte. Will ich da aber gar nicht ganz vorne pressen, sondern die eher so ein bisschen rauslocken, in Anführungszeichen. Weil wenn wir da wirklich ganz vorne drauf gehen, klar kann auch mal was runterfallen. Aber gibt uns natürlich dann auch absolut null Platz. Schau dir das mal an. Das ist ein absolutes Bollwerk. Da wird es schwierig durchzugehen, wenn du den Ball natürlich dann eher ein bisschen weiter Richtung Mittellinie eroberst. Hast du vielleicht ein paar mehr Räume, die du dann nutzen kannst, um hinter die Kette zu kommen. Aber das werden wir sehen, wie sich das verhält. Handshake mit dem Trainer. Markus Kauczynski gegen Lukas Hösch. Wir gehen rein. Nächster Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Mittlerweile ist es Matchday-Nummer. Oh, wir sehen es jetzt gerade tatsächlich gar nicht. Was ist denn das für ein Matchday? Sieht man das hier irgendwo? Ich habe keine Ahnung. 20? Ist es der 20. Ist ja am Ende auch wurscht. Mal schauen, wie der Start läuft. Der wäre wichtig. So ein frühes Tor. Es würde so unfassbar viel Druck nehmen. Und natürlich dann mit der Zeit auch wen wieder dazu bringen, dass er mehr Gas geben müssen, wie so ein Spiel laufen kann. Das haben wir zuletzt gegen Osnabrück gesehen. Da hatte ich zwar schon das Gefühl, dass wir irgendwann die Bude machen. Also ich hatte da ein ganz gutes Vertrauen in die Mannschaft. Aber es hat halt schon auch sehr lang gedauert, bis der Treffer dann mal gefallen ist. Jetzt vielleicht Hayashi. 1-0. Es sind 57 Sekunden gespielt. Der Aichi Hayashi bedient von Mats Müller-Dehli. Und der lässt sich die Chance nicht nehmen. Das ist natürlich überragend. Wir gucken es uns nochmal in der Wiederholung an. Es sah ganz leicht nach Abseits aus. Jetzt achtet mal auf die Mitnahme von Hayashi. Das ist überragend. Durch diesen First Touch ist er genauso weit weg vom gegnerischen Verteidiger, um noch eine richtig gute Abschlussposition zu schaffen. Wenn er den leicht anders annimmt, holt ihn der Gegner ein. Wahnsinn. Freunde, ihr seht es unten rechts. Wir springen auf Platz 2 momentan in der Live-Tabelle. Unfassbar. Der perfekte Start gegen Wien. So stelle ich mir das vor. Valentini kommt gegen Pritajan nicht ran. Günther auf Kimlein. Ball nach oben. Pritajan Valentini braucht Unterstützung. Kriegt er mit Gürlein. Der fehlt natürlich dann aber in der Mitte. Aber wir können klären und können auch kontern im gegnerischen Stadion. Ganz oben. Dauert zu lang von Müller-Dehli. Chan Usun. Pfleg wieder da. Ichi Hayashi. Stritzel hat den. Das war jetzt nicht ganz perfekt nach vorne rausgespielt. Aber es ist in Ordnung. Wir wollen uns nicht beschweren. Und links kurz die Tabelle. Platz 2 also. Thailand-Dumann. Zweites Nachlegen ist jetzt das Ziel. Jens Gastrop. Sehr, 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 sehr gut. Hier seht ihr nochmal. Ja, ich sehe das wieder nicht die Tabelle. Robin Häuser übrigens auch ein Ex-Klubberer. Der den Freistoß tritt. Und hier kann ich es euch mal zeigen. Ist das schön. Wir wären über Nacht. Auf einem direkten Aufstiegsplatz. Und dann kommt das Ding von Keemlein. Da habe ich leider nicht so ganz genau hingeschaut. Aber ich würde fast behaupten, was will sie da groß machen? Sascha Mocknerhaupt. Ja, gut. Wir sind halt da. Also, es ist jetzt eher komplett anlacky. Man sieht es auch anhand des XG-Werts. Das ist ja eine Chance, die geht im Normalfall absolut nie rein. Übrigens ein brutaler Freitag. Zwölf Minuten gespielt. Osnabrück in Rostock. Da steht es auch schon 2-1 für Rostock. Also, eine torreiche Freitagabend-Konferenz. Anfang Februar hier im FM. Bin mal gespannt, wie wir uns jetzt mit diesem Ausgleichstreffer auseinandersetzen. Also, ob wir den relativ schnell abschütteln können. Oder ob das so ein bisschen was bewirkt bei uns. Günther kommt. Flanke kommt rein. Kovacevic drüber. Schöne Flanke. Mit solchen Dingern wird natürlich Wien-Wiesbaden versuchen zu agieren. Und Thailand Dumont wird jetzt versuchen, mal so einen Freistoß reinzumachen. Aber Stritzl ist da. Kein schlechter Abschluss von Thai. Wir sind weiterhin trotz alledem die bessere, auch die aktivere Mannschaft. Aber Wien kommt per Fernschuss zum Ausgleich. Valentini auch, Florian Flick. Den haben wir kritisiert. Aktuell mit einer 6-8. Solider. Macht seine Defensivarbeiter ordentlich. Valentini. Kann er spielen, wollte ich sagen. Chand Usun in der Mitte ist Platz. Macht ihn, macht ihn, macht ihn, macht ihn. Oh, 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 oh. Wird er geprüft? Nee, wird nicht geprüft. Taiyashi nochmal Tim Handwerker. Thailand Dumont. Schöner Ball auf Jens Kastrop. Mit Platz. Zieh ab, Junge. Und er macht ihn nicht. Oh, Stritzl kommt ran. Das 2-1 könnte mittlerweile schon fallen. Thailand Dumont. Stritzl kann den diesmal abfangen. Wir gucken mal rein. Ja, 5 Schüsse, 4 aufs Tor nach gut 20 Minuten. 60% Ballbesitz. 88% Passquote. Statistiken sehen ganz gut aus. Und da ist ein Mockenhaupt. Der gute Mocki. Mit dem Fehler. Sehr schön. Das darf er gerne öfter machen. Mats Möller, Dele auf Tim Handwerker. Oh, der Mann hat Bock. Der Mann hat richtig Bock. Schöner Ball auf Chandil Mas Usun. Hayashi probiert es aus der Entfernung. Auch nicht schlecht. Ja, Nürnberg spielt sich hier in den Rausch. Das stimmt. Das sind jetzt ganz gute Aktionen. Ecke, Handwerker. Mats Möller, Dele. Nochmal Tim Handwerker. Auch das wird leider nicht geprüft. Ab und zu gibt es ja da die Animation. Und Chemlein, der Torschützer hat. Den spielt Lian. Kovacevic auf Goppel. Goppel über die Seite. Oh no. Flanke kommt. Pratayan. Oh, kommt Gott sei Dank nicht ran. Nochmal abgelegt. Wieder Chemlein. Günther. Nächste Flanke. Die reinsegelt. Aber auch der ist drüber. Abschluss da von Wien. Kein unglaublich gefährlicher. Aber... Wir müssen ein bisschen aufpassen. Das ist mir hier in der Partie jetzt trotz alledem mittlerweile zu ausgeglichen. Ich möchte ein bisschen mehr Dominanz. Nehme das Tempo mal ein bisschen raus. Passtspiel auch ein bisschen kürzer. Suche noch ein bisschen mehr Kontrolle da zu erlangen. Mats Möller, Dele. Auf Teilern, Dumann, quer. Und dann Valentini macht dein Bütchen. Komm. Wunderbarer Abschluss. Aber irgendwie Stritzel hält alles. Toller Fernschuss. Ecke für Wien-Wiesbaden. Gefühl ist das hier. Ein abwechselndes Highlight. Einmal für uns und einmal für Wien. Und Mocklaub macht die Bude gegen uns. Der jute alte Mocki. Ich mache das regelmal. Es ist eine Standardsituation. Aus 0-1. Also aus einer 1-0-Führung meine ich jetzt ein 1-2. Kastrop steckt ihn durch. Jan Usen macht dein Tor. Die Abschlüsse sind da nix. Das haben wir uns so nicht vorgestellt. Und ich spreche noch an, dass Wien-Wiesbaden seit ungefähr einer kompletten Hinrunde kein Tor mehr gemacht hat. Also keine 2-Tore mehr gemacht hat. Jetzt machen die 2 in einer Halbzeit. Das ist doch auch wieder typisch FM, oder? Thailand Dumann. Ball kommt rein. Vorher ist geklärt. Haben wir aber nochmal. Vielleicht die letzte Chance. Vor der Pause. Kastrop auf Gürrlejen. Enrico Valentini. Florian Flick. Wieder Valentini. Guter Ball auf Mats Meladeli. Nimmt Horn mit. Meladeli findet noch keine Anspielstation. Kann ihn noch nicht durchstecken. Aber das ist gut, dass wir in der Offensive immer wieder Mats suchen. Und er derjenige ist, der dann so diese absoluten... Oh, ist das schön gespielt. Und wir machen den wieder nicht. Der war überragend gespielt. Es war kein Abseits. Es ist die Chancenverwertung. Defensiv die Standards. Es ist die Chancenverwertung. Hayashi muss den zwingend reinmachen. Jetzt bin ich ein bisschen am überlegen. Aber ich will glaube ich Grundzipiell. Wir sind wieder bei unserem herrlichen Grundzipiell. Ich will prinzipiell erstmal nichts ändern. Geordneter Spielaufbau. Warum war der gerade nicht drin? Den hätte ich natürlich schon ganz gern. Rest lassen wir. Schauen wir mal, wie wir reinkommen in die zweite Halbzeit. Wie gesagt, wir hatten ja jetzt nicht schlecht gespielt. Auch was die Offensivaktionen angeht. Da gibt es jetzt nicht so wirklich Bedarf, viel zu ändern. Meiner Meinung nach vorerst. Nur wenn du dir die Chancen rausspielst, dann musst du die Chancen halt auch irgendwann mal verwerten. Hier ist jetzt auch hier wieder Matchmomentum. Ansonsten werden wir natürlich wieder ähnlich umstellen, wie gegen Osnabrück. Wieder über die Schattenstürmer zum Teil gehen. Oder heute vielleicht sogar in die San Usu und vorne mit reinstellen. Wäre auch noch eine Option. Schauen wir uns mal an. Thailand. Du Mann, wieder Stritzel. Immer wieder dieser Teufelskerl. Gibt die Ecke. Vielleicht mal Gürlejen oder so, der die Bude machen kann. Vielleicht treffen wir auch noch eine Ecke. Handwerker. Ball kommt rein. Beteiligen kann clear. Nochmal Flick. Nochmal Handwerker. Möller-Dehli mit dem Abschluss. Okay. Okay, okay, okay. Enrico Valentini raus. Jan Czamra rein. Wir wechseln. Czamra gibt den angreifenden Part. Handwerker lassen wir mal drin. Florian Flick. Wir haben Minute 63. Wir haben Minute 63. Und ich glaube, ich habe eventuell eine Idee. Und diese Idee, die werde ich jetzt umsetzen. Johannes Geis kommt rein als Spielmacher auf Verteidigen. Nee, auf Unterstützen. Das passt. Ähm, Kastrop mache ich als Ballerobernden auf Verteidigen. Und Thailand. Duman Duman Mesala angreifen. Den Rest. Lassen wir erstmal. Mal. Es bleibt noch genügend Zeit. Mal schauen, wie das läuft. Definitiv natürlich offensiver. Definitiv auch technisch versierter. Wir haben halt leider nicht so die Möglichkeiten in der Offensive noch viel zu tun. Klar, wir können einen Julian Kanja bringen. Aber ob es das ist, was wir jetzt machen wollen, mal gucken. Thailand Duman sieht gelb. Robin Häuser mit der Ecke. 19 Minuten noch. Wien Wiesbaden schlägt uns hier mit ganz einfachen Mitteln. Es ist eine Ecke. XG von 1,03 Buden draus gemacht. Und wen Wiesbaden macht zum allerersten Mal... Wobei, nee. Zum allerersten Mal oder zum zweiten Mal die drei Buden? Ich weiß es gerade nicht. Hei, 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 Freunde. Okay, wir versuchen es nochmal ein Stück weit anders. Jetzt hilft es ja eh nicht mehr. Wo ist er denn? Hier hängt eine Spitze. Wobei, wir machen es dann sogar so, glaube ich fast. Ich bringe nochmal einen Okonuki als Schattenstürmer dahinter. Möller, Deli, OM. Und dann nochmal frische Kräfte. Sprich, Kastrop rein. Finjelsch rein. Kanja muss kommen. Nee, da nehme ich Usun raus und bringe nochmal Julian Kanja als Knipser. Fünffachwechsel in Minute 77 oder 78. Und jetzt natürlich eher das vertikalere Spiel. Auf geht's. Oh, ist das bitter, ey. Johannes Geis. Oh, stritz der Hältin. Nee, war die Latte sogar. Oh, es gibt nicht mal die Ecke. Ist das eine bittere Art und Weise, wie diese Partie verloren geht? Aber das ist das, was ich auch meine. Und deswegen können wir uns da gar nicht so sehr beschweren. Das sind die Spiele, die in der Hinrunde, also unabhängig von Gegner und Ergebnis und bla. Aber so prinzipiell sind das die Spiele, die tendenziell eher auf unsere Seite dann gekippt sind. Ab und zu. Deswegen auch... Ja, haut da noch so ein Longshot jetzt rein. Deswegen auch die Überperformance, was die XG angeht oder die Expected Points. Das muss man ganz ehrlich dann so dazu sagen. Bennett's Mitte. Keppar kommt rein. Geis erstmal da. Mockenhaupt quer. Und Erwin Bicakic macht das Vierte. Das sind Dinger. Mein lieber Herr Gesangsverein. Wehen Wiesbaden mit Tor Nummer 4. Saut euch das an. Mockenhaupt. Man of the Match wahrscheinlich mit der 8-7. Das ist ja nicht auszahlen. Mocki, der alte Streamer-Kollege, kommt hier an und macht den Bums mit uns. Ich glaube, ich spinne. Und das wieder nach einem Standard. Wieder nach so einer Aktion. Ich bleibe jetzt trotzdem nochmal drauf. Mit unserer offensiven Geschichte da. Aber das ist bitter. Bitter, bitter, bitter. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt sie mir mal gerne unten rein. Was ihr von dem Spiel haltet. Aber das ist, glaube ich, jetzt so eine klassische Partie. Wo man danach sagt, ja, so wie es bisher läuft. Und da, wo wir uns befinden, jetzt einfach mal abhaken. Völlig vergessen, was da passiert ist. Möglichkeiten waren da. Du nutzt die nicht. Und Wien-Wiesbaden mit einem Longshot. Mit irgendwie zwei Standards. Klar, die gehören zum Fußball dazu. Aber da waren wir irgendwie dann nicht so richtig da. Und dann kannst du auch mal hier 4-1 verlieren. Höchste Saison-Niederlage für uns. Mit dem 1-4 gegen Hannover im Hinspiel. Schaut euch das an. Wien damit nicht mehr Letzter. Gegen den Tabellenletzten verlieren wir 4-1. Das ist auch wieder typisch Klub. Bin stocksauer. Das war grauenhaft. Hayashi kann noch öfter treffen. Dieses Tor wird ihm dabei helfen. Ändert nichts daran, dass seine Form zu schlecht war, Hayashi. Ich gönne das ihm so sehr, schreibt Lena Froschauer. Die Leistung können wir loben. Wobei er ein zweites vor der Pause hätte auch machen müssen. Sind wir mal ganz ehrlich. Und da ist er. Mockenhauptspieler der Woche. Ich kann das nicht. So, wir loben nochmal kurz. Und dann gucken wir uns natürlich den Spieltag an. Eventuell haben wir Glück. Und die anderen Mannschaften patzen auch so ein klein wenig. Dann wäre ja alles erstmal unverändert. Und dann geht es zu Hause mal wieder gegen den Letzten. Wie das gerade gegen den Letzten geendet ist, das haben wir gesehen. Hannover übrigens gegen den HSV. Die nehmen sich also gegenseitig Punkte weg. Hier der Erste und Zweite. Aber irgendeiner der beiden wird mindestens mit einem Punkt. Beziehungsweise mit drei Punkten plus im Vergleich zu uns rausgehen. Sind wir mal gespannt. Und ich muss noch ein Sonntagstraining zumindest einstellen. Und ich muss mir mal ganz kurz nicht die Nase putzen, aber zumindest so machen, Chat. Es tut mir leid. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. So. 10. Februar. Bald ist Valentinstag. Bald ist Valentinstag, Freunde. Habt ihr schon ein Geschenk für mich? Hannover 2-0. Boah, die machen es wieder eng. Elversberg gewinnt 5-2 in Düsseldorf. Die brechen nicht ein. Die brechen nicht ein. Schalke gegen Kiel 1-1. Braunschweig besiegt den KSC. Schauen wir mal, was Paderborn macht. Eventuell spielen die sogar gegen die Hertha. Das wäre gar nicht so schlecht. Denn hat Pullmann auch nochmal verletzt als Kipper. Das ist natürlich nicht so schön. Und wir gehen nochmal voran. Achso, das Training wollte ich einstellen. Zumindest eben schnell für den Sonnentag. Damit wir den Spieltag einmal komplett wieder abhandeln können. Das heißt, wir gehen einmal kurz rein. Ja. Okay, ich bin zu spät. Dann kriegen sie eine Pause. Dann gibt es halt eine Pause heute. So, Lautern spielt gegen Paderborn. Magdeburg gegen Pauli und die Westforsstadt gegen Berlin. Wir gucken einfach mal, wie die Partien enden. Es geht gegen Dirk Schuster. Da ist noch Trainer beim FCK. Mittlerweile gab es da weitere. Mit Gramozis und jetzt Funkel. Paderborn gewinnt mit 2-1. Damit auch im Kreis der 41er am Start. Magdeburg 4-0 gegen Pauli. Schießt Pauli eigentlich raus aus dem Aufstiegsrennen. Und sich selbst auch nicht wirklich rein. Aber zumindest ein bisschen näher hin. Und die Hertha gewinnt gegen die Westforsstadt. Damit auch knapp an uns dran. Das heißt, das ist die Tabelle nach dem 21. Spieltag. 7 Punkte auf der HSV. 4 Punkte auf Elversberg und Hannover. Genauso auf Paderborn. Die Hertha knapp hinter uns. Dann Magdeburg. Wobei das schon, ja, das endet. Also ich sag mal bis Hertha. Es gibt eine Top 6. Wenn man so will. Das ist krass. Auch das Torverhältnis allein. Wir sind da mit Abstand die Schlechtesten. Das kann man da leider so sehen. Und Hannover 96 marschiert und marschiert und marschiert unter Stefan Leitl. Auch wenn sie ja verloren haben. Aber insgesamt eine sehr, sehr brutale Saison bisher gespielt. So, Kenan Yildiz nimmt das Training wieder auf. Und wir sind am Ende der Folge angekommen. Die wir aufgenommen haben. Freunde, was ist eine Überleitung. Es gab eine bittere Pleite. Ich bin wie angesprochen sehr gespannt auf die Kommentare. Wir sollten jetzt auf jeden Fall dann das Spiel gegen Kaiserslautern im nächsten Part nutzen. Um wieder in Form zu kommen. Weil danach steht ja das Derby gegen die Westforsstadt an. Und das wollen die Klubfans bekanntermaßen durchaus ganz gern gewinnen. Deswegen mal schauen, wie die in Anführungszeichen Generalprobe dann laufen wird. Freunde, wir haben doch... Den habe ich ja jetzt. Nein. Moment. Moment. Ah, doch. Oder? Moment. Was ist... Ähm. Habe ich den jetzt? Den habe ich ja jetzt... Ist der mit gemeldet? Ja, ne? Den habe ich ja jetzt völlig vergessen. Wir haben doch Samuele Di Benedetto noch mit am Start. Ach, du gute Güte. Ja, gut. Der Trainer erkennt. Er kennt die Spieler und in welcher Truppe sie sind. Ich habe ihn mal hochgeschoben. Naja. Erkenntnis am Ende der Folge. Äh, wenn es euch gefallen hat heute wieder, trotz der Niederlage, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr in Zukunft alle Folgen sehen wollt, lasst ein Abo da und ihr verpasst ab sofort nichts mehr von diesem herrlichen Projekt. Wenn ihr live auf Twitch dabei sein wollt, links unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch den FM holen wollt, könnt ihr auch über den Link in der Videobeschreibung shoppen. Darüber supportet ihr mich. Da freue ich mich und sage auf jeden Fall schon mal Danke an alle, die das getan haben. Ansonsten wünsche ich euch da draußen einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.